Wenn du das in dein Musik tust, dann wirst du... Heute geht's um 5 erstaunliche Effekte, die du tatsächlich hast, wenn du Leinsamen isst. Und das ist ein Grund, warum ich Leinsamen fast jeden Tag esse. Also, entschuldige dir die nicht ganz ernst gemeinte Hook. Manchmal sehe ich so YouTube-Videos und denke mir, okay, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Aber es gibt wirklich 5 ultra erstaunliche Effekte, die Leinsamen haben auf deinen Körper. Und die besprechen wir jetzt. Auf Platz Nummer 5 der erstaunlichen Fakten ist, dass Leinsamen deine Krebswahrscheinlichkeit senken kann. Und da muss ich kurz mal so ein ernstes Claimer einfach reinpacken. Denn wir alle kennen halt Leute, die an Krebs gestorben sind. Und das ist einfach ein multifaktorielles Krankheitsbild. Und es gibt ganz viele Sachen, die einen Einfluss darauf haben. Und ich will natürlich jetzt nicht, dass du denkst, du isst nur Leinsamen und bist dann irgendwie geheilt. Oder du hast niemals die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und doch muss man sagen, dass es eine Wirkung haben kann, Leinsamen zu essen. Und zwar konnte ein reduziertes Tumorwachstum nachgewiesen werden durch die sogenannte Lignane. Und man hat sich da speziell einen Brustkrebs angeguckt. Und es gibt auch so Studien bei Prostatakrebs, die man sich auch angeguckt hat. Und ein Grund für Brustkrebs ist ein Östrogenüberschuss. Brecht das jetzt ganz einfach runter. Ja, also weil alles eine komplexere Geschichte. Aber letztendlich ist es so, dass die Lignane in den Leinsamen zu Enterolignanen verstoffwechselt werden. Und die können dann an den Östrogenrezeptor binden und den blockieren. Und so das Tumorwachstum in Brustkrebszellen reduzieren. Außerdem ist es noch so, dass die Lignane dazu beitragen, sogenannte pro-inflammatorische Marker, die auch für Brustkrebs stehen, zu senken. Das war ja aber nur eine Gruppe von Krebsarten bzw. nur eine Art von Wirkmechanismen jetzt auf die endokrinologische Geschichte, also die Hormone bezogen. Allerdings auch die Ballaststoffe können dein Risiko für Tumore wie zum Beispiel den Darmkrebs reduzieren. Denn eine ballastoffarme Ernährung ist ein Prädispositionsfaktor, ein Risikofaktor für Darmkrebs. Das bedeutet, wenn du genetisch davon betroffen sein könntest, ja, in deiner Familie hast du das vielleicht, achte besonders darauf, aber natürlich auch wenn du niemanden hast, achte einfach da auf viele Ballaststoffe. Und das führt natürlich sofort zu dem Fakt Nummer 4. Und hier geht es wieder um Ballaststoffe. Und das ist ein Faktor, der wirklich viel alltäglicher ist als diese Krebsgeschichte und auch etwas, was vielleicht ein bisschen Spaß machen kann. Denn es ist so, dass wenn du regelmäßig leinsam isst, deine Verdauung verbessert wird. Denn in den leinsamen sind Ballaststoffe wie Zellulose, Hemizellulose und Lignin. Das sind sogenannte unlösliche Ballaststoffe. Und was die machen, die erhöhen das Stuhlvolumen. Das bedeutet, die ziehen Wasser und in deiner Darmperistaltik, kannst dir vorstellen wie so ein Rohr, ist es ja so, dass je mehr da drin ist, desto besser funktioniert dieser Muskelschlauch auch zu dem anderen Ende. Und wenn du an Verstopfung leidest, ist das wirklich ein guter Tipp, den du machen kannst. Jetzt gibt es aber eine Gefahr. Eine Gefahr und darüber wird eigentlich viel zu wenig gesprochen, wenn es um Ballaststoffe geht. Und zwar Ballaststoffe, die ziehen ihr Wasser und erhöhen so das Stuhlvolumen. Jetzt gibt es ein Riesenproblem. Ganz viele Leute, auch ganz viele irgendwie, also in meiner, in meinen Erinnerungen erzählen mir das immer Mädels, dass die Flohsamenschalen essen. Und das hat dann keinen Effekt. Und ich glaube, das liegt daran, dass die einfach nur die Flohsamenschalen, ups, oder die Leinsamen essen, ohne viel zu trinken. Denn du brauchst natürlich, also die Ballaststoffe brauchen natürlich Wasser. Das bedeutet, ist nicht nur einfach mehr Ballaststoffe, dann kann es sogar sein, dass sich deine Verstopfung oder dass sich ähnliche Verdauungsbeschwerden sogar verstärken können. Sondern trink dazu auch ausreichend Wasser, weil du kannst dir Ballaststoffe vielleicht ein bisschen wie so ein Schwamm vorstellen. So ein Schwamm, der sich halt aufquält mit Wasser. Aber wenn du jetzt einfach einen trockenen Schwamm in deinen Darm passt, ist es halt doof. Der bleibt dann da liegen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen einen riesenvollen Schwamm. Das heißt, Ballaststoffe sind wichtig. Denk an Zellulose und Hemizellulose, die einfach Wasser brauchen, um all das, was wir gegessen haben, nach außen zu transportieren. Und das Coole ist, das wurde sogar in der Studie bestätigt, bei denen die Leute jetzt nicht einfach so einen Löffel Leinsamen gegessen haben. Das muss ich sagen, das mache ich auch hin und wieder. Aber das ist nicht so lecker, muss man sagen. Und in der Studie haben diese Patienten einfach Kekse mit Leinsamen gegessen. By the way, hier ist mein Insta-Kanal. Da mache ich ganz viele Rezepte, wo ich zum Beispiel Leinsamen oder Haferflocken oder ähnliche Sachen einfach für dich mache, dass die halt auch einfach lecker schmecken. Weil Essen, finde ich, muss halt immer ultra lecker schmecken. Aber kommen wir zum nächsten Faktor, den ich noch wichtiger finde als den eben genannten. Denn einer der häufigsten Todesursachen in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzinfarkt zum Beispiel, Schlaganfall und so weiter. Und jetzt sind bestimmte Stoffe in den Leinsamen die sogenannten löslichen Ballaststoffe. Also wir haben unlösliche, Zellulose, Hemenzellulose und so weiter. Und wir haben lösliche. Lösliche in diesem Fall bei Leinsamen, Pektin und Beta-Glucan. Und das Coole ist bei denen, dass die dabei helfen, Triglyceride und Cholesterin. Also Triglyceride sind Fette. Und Cholesterin im Darm zu binden und halt hinaus zu transportieren. Ballaststoffe, die in Leinsamen drin sind, können, ich würde immer sagen, auch medizinische Effekte. Manchmal werde ich dafür angegriffen, für dieses Wort. Ich finde, es ist aber einfach schon eine medizinische Wirkung auf deine Blutfette haben. Denn sie binden Triglyceride, also Fette und Cholesterin. Und du weißt ja ganz genau, dass wenn deine Blutfettwerte schlecht sind, dein Risiko für einen Herzinfarkt und Schlaganfall steigt. Deswegen macht es einfach Sinn, viele Ballaststoffe, wie zum Beispiel in den Leinsamen, zu dir zu nehmen. Hier muss man aber nochmal wissenschaftlich als Disclaimer sagen, die Studie, auf die ich mich hier beziehe, die wurde auch an Patienten gemacht. Und das ist immer, kannst du halt nicht 100% auf Gesunde übertragen. Aber die Idee von einem Kranken zu den Gesunden kannst du halt schon übertragen. Also es ist einfach nicht eins zu eins. Und ich will mich nur so ein bisschen absichern, dass ich dir schon die richtigen wissenschaftlichen Sachen sage. Nur es ist einfach wahnsinnig schwierig, wissenschaftlich in einen gesunden Körper zu gucken. Und mit den Enterozyten, also den Zellen in dem Darm, zu kommunizieren, wie die sich gerade fühlen und wann sich dann Krebszellen entwickeln. Sondern wir müssen halt schrittweise in der Wissenschaft gucken, hey, wie sieht das bei Kranken aus, wie sieht das bei Tieren aus, wie sieht das im MRT aus, wie ist das unter Mikroskop, wie ist das, wenn ich das aufschneide und so. Das kann ich ja zum Beispiel eher dann an toten Menschen machen und so. Das heißt, wir haben da einfach Limitierungen. Muss sich gar nicht interessieren, aber es gibt ja immer Besserwisser, die das dann schreiben. Und ich finde es vielleicht auch einfach ganz spannend, wenn du verstehst, wie einfach Wissenschaft, wie wir diese Erkenntnisse erlangen. Finde ich einfach mega. Was noch mega ist, ist nämlich Platz 2 von Fakten bezüglich Leinsamen. Und Leinsamen haben eine anti-entzündliche Wirkung. Und es ist so, dass es auf der einen Seite viele Krankheiten gibt, wie zum Beispiel Rheuma, entzündliche Darmerkrankungen, bestimmte Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, die eine entzündliche Komponente haben. Selbst eigentlich Adipositas, also Übergewicht, hat eine entzündliche Komponente. Und einer der Hauptgründe, warum wir zu viel Entzündung haben, ist halt unsere westliche Ernährung. Wir essen zu viel Omega-6-Fettsäuren, wir essen zu wenig Ballaststoffe, wir essen zu viel verarbeitete Produkte, wir essen zu viel Zucker. Das alles triggert Entzündungen in unserem Körper. Das Tolle ist, die meisten betrifft das gar nicht. Die können einfach essen, was sie wollen, sozusagen. Und dir geht es vielleicht nicht immer gut, aber die werden nicht krank. Es gibt halt Leute, die werden krank. Die haben vielleicht noch eine genetische Disposition oder irgendwie sowas. Da kannst du dir vielleicht so vorstellen wie einen Käse mit Löchern. Und es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, eine Nadel da komplett durchzuschieben, weil ein Loch niemals durch den ganzen Käse geht. Das heißt, es gibt einfach Leute, die vollkommen prädestiniert sind und privilegiert, was Krankheiten angeht. Aber es gibt auch Leute, die diese Krankheiten haben und die profitieren natürlich noch mehr, wenn die sich um ihre Ernährung kümmern. Was Ärzte ja leider, meiner Erfahrung nach, jedenfalls nicht so tun. Das bedeutet, wenn du eine entzündliche Krankheit hast, macht es absolut Sinn, so etwas wie Leinsamen und andere Omega-3-Fettsäuren in deiner Ernährung aufzunehmen. Und auch wenn du sie nicht hast, macht das auch Sinn, die aufzunehmen. Denn auch bei den Omega-3-Fettsäuren, ja, Alpha-Linolensäure und so weiter, was in den Leinsamen drin ist, gibt es einfach Evidenz, dass die vor gewissen Krankheiten schützen können. Wie zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankung, weil letztendlich ist ja auch der Herzinfarkt per se eine Art Entzündung. Und beziehungsweise das Endothel in den Gefäßen kann ja auch entzündet sein. Und das wollen wir alles nicht, sondern wir wollen ein angenehmes Verhältnis aus entzündungsfördern und entzündungshemmenden Substanzen. Und wir haben halt einfach eher durch die Ernährung, ich hoffe, ich konnte es gerade erklären, ich laber heute ultra viel. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen erklären, dass die Ernährung einfach Einfluss hat auf deine Entzündung im Körper. Jetzt gibt es aber auch etwas, was gefährlich sein kann an Leinsamen und zwar Blausäuren. Es ist so, dass in Leinsamen eine Substanz drin ist, beziehungsweise die kann sich dann bilden, die heißt Blausäuren. Die kann auch bestimmte gefährliche Symptome machen. Es gibt aber eine sichere Grenze und ich meine, die ist bei 20 Gramm Leinsamen, die du einfach so roh essen kannst am Tag, was eine sichere Grenze für Blausäure ist. Wenn du auf komplett Numero safe gehen willst, dann kannst du die Leinsamen einfach erhitzen. Also einfach irgendein Dessert, wie ich das bei Instagram mache, einfach irgendwie mit Leinsamen machen, weil dann ist die Blausäure da nicht mehr drin. Generell ist es einfach so, dass jedes Lebensmittel Vor- und Nachteile hat. Das ist immer auch ganz schwierig, auf Social Media irgendwie was Gutes über Lebensmittel zu sagen. Es gibt immer auch Gründe, das nicht zu nehmen. Aber bei den Leinsamen habe ich jetzt jedenfalls für mich entschieden, dass die Vorteile, die Nachteile bei weitem übersteigen. Und eine Sache ist auch sehr, sehr wichtig, wenn du die entzündungshemmende Wirkung von der Alphalinolensäure haben willst, wenn du das Vitamin E aus den Leinsamen haben willst, also die Inhaltsstoffe, die da drin sind, dann musst du die selbst schroten oder geschrotet kaufen. Wenn du Leinsamen nicht so wie hier geschrotet nimmst, sondern ungeschrotet, dann gehen die, du kannst einfach mal dieses Experiment machen, dann gehen die raus, wie sie reingekommen sind. Weil unser Magensaft anscheinend nicht stark genug ist, um diese Schale aufzubrechen. Das heißt, die Inhaltsstoffe bleiben da drin, aber wir nehmen sie nicht auf. Denn du bist nicht, was du isst, du bist, was du absorbierst. Und deswegen hast du dich halt schon mal gefragt, so, hä, wieso denn geschrotete Leinsamen, will ich denn die anderen oder so? Also du solltest auf jeden Fall geschrotete Leinsamen kaufen oder du kaufst die ungeschroteten und schrotest die dann halt im Mörser selber. Weil sonst kann dein Magen-Darm-Trakt die tollen Dinge der Leinsamen nicht aufnehmen. Kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Effekte oder der interessantesten Effekte, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade ein ultra krasse Hype. Und zwar, denn Leinsamen haben sowohl durch den Gehalt an Alpha-Linolensäure als auch an den Ballastoffen einen Einfluss auf dein Blutzuckerspiegel. Auf den sogenannten HbA1c-Wert. Außerdem ist es so, dass die Alpha-Linolensäure negativ korreliert mit einer Insulinresistenz. Das bedeutet, hast du viel Alpha-Linolensäure, ist die Wahrscheinlichkeit einer Insulinsensitivität eher gering. Hier, das war so ein bisschen Korrelation und Kausalität verwechselt. Aber ich glaube, was ich meine, ist klar. Wie wir uns ernähren, hat halt einen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Und eine der Hauptkrankheiten in unserer westlichen Welt ist halt Diabetes. Und wenn wir uns anständig ernähren, können wir die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu kranken, drastisch senken. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, wenn ich ein komplettes Video über den Blutzuckerspiegel und den Sinn und Unsinn von diesem riesen Blutzuckerspiegel-Hype mal erklären soll. Wenn du gerne einfach Rezepte hättest oder Lebensmittel oder Sachen, wie du deinen Blutzuckerspiegel senken kannst, mache ich da gerne ein Video. Ob ich auf diesen Hype mal drauf eingehen soll, ob man sich wirklich so viel um den Blutzuckerspiegel überhaupt kümmern sollte. Ein weiterer Vorteil, und das ist jetzt sozusagen der Bonus-Vorteil der Leinsamen, ist die verzögerte Magenentleerung. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch so, hä, verzögerte Magenentleerung, das ist doch was Schlechtes, wenn wir länger brauchen. Es trägt halt dazu bei, dass wir satter sind, denn diese verzögerte Magenentleerung führt ja erstmal auch zur verzögerten Aufnahme. Dadurch kannst du dir vielleicht auch erklären, dass, wenn es verzögert ist, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so krass ansteigt. Und ein Stoff wird frei, der heißt GLP-1. Und vielleicht hast du schon mal von diesem Stoff gehört bezüglich Rosempic, Demaglutid, also dieses Hype-Mode-Abnehmen-Spritzen-Dingsbums. Denn das wird dadurch tatsächlich ausgeschüttet, also wie ein Medikament, natürlich nicht so krass, aber schon, ey, GLP-1 wird da ausgeschüttet. Denn Osempic ist ja ein GLP-1-Analoger. Und das wird auch ausgeschüttet, wenn wir jetzt Leinsamen essen, durch die Ballaststoffe und die unlöslichen Ballaststoffe, haben wir eine verzögerte Magenentleerung, GLP-1 wird frei und unser Appetit wird dadurch gehemmt. Das bedeutet, wir fühlen uns satter, wir fühlen uns glücklicher. Wir haben ganz viele Krankheiten, die wir dann weniger bekommen, durch Leinsamen, beziehungsweise durch die Inhaltsstoffe, die natürlich auch in anderen Lebensmitteln sind. Und können dadurch auch häufiger, ich sag jetzt mal, das ist eigentlich ein blöder Tipp, den ich jetzt gebe, aber häufiger auch vielleicht mal ungesunde Sachen essen, die halt einfach ultra geil und lecker sind. Wenn wir halt hauptsächlich gesunde Sachen essen, die ballaststoffreich sind, dann macht es halt für den Körper keinen großen Unterschied, wenn wir hin und wieder auch mal einen Burger essen oder so. Und wenn du wissen willst, wie du deinen Körper dazu bringen kannst, auch ohne Sport oder Anstrengung über 1000 Kalorien zu verbrennen, dann ist dieses Video für dich. Und wenn du dich fragst, hey, wie viel Medizin steckt eigentlich in Haferflocken und was passiert mit dir, wenn du jeden Tag Haferflocken isst, dann guckst du dir dieses Video an.